Das Zeichen der Wikingerkönigin Bist du wahnsinnig? Wie kannst du ihn ansehen, wenn jemand es merkt? Kann dich von deinem Gelübde entbinden und zu seiner Gemahlin machen. Wikinger, verlass das Schiff! Nieder mit Ruttfort! Es lebe die Königin! Heil! 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 Du bist also entschlossen, weiter zu schweigen. Heil! Heil! Hu! Heil! Heil! Heil!ever próxima! Untertitelung des ZDF, 2020